Allerdings und vom Wetter kommen wir jetzt gleich zum Sport. Der Fußball-Experte Freddy ist da. Guten Morgen, Freddy. Guten Morgen. Zu einer ungewöhnlichen Zeit heute. Du bist heute mal früher auf Sendung, weil es heute vom Sendeplan sich einfach mal so ergibt. Ist doch schön, oder? Auf jeden Fall. Bist du auch um die Uhrzeit schon richtig fit mental? Ja, klar. Sehr gut. Kurz nochmal zum Thema Wetter. Und zwar kommt hier eine Meldung im YouTube-Chat rein. Mirko Nonnchef sagte immer, auch heute haben wir wieder Wetter, Wetter, Wetter. Leider ist er viel zu jung verstorben. Ja, das stimmt natürlich. Und unvergessen natürlich so Sendungen. RTL Samstag Nacht, damals die Wochenshow, Zurück zu Lück. Ich bin ja großer Fan von Retro-TV. Da sollten wir vielleicht zur gegebenen Zeit mal ein Spezial dazu machen. Also rechtemäßig wird es schwer mit den Bildern, aber vielleicht ein Hamburg 1 TV Retro-Spezial. Schauen wir mal. Freddy, Sport. Ich suche mal ein bisschen was raus hier. Ich habe dir ja, auch wenn du ja alles immer per App verfolgst, wir müssen ja auch hier den haptischen Bildungsauftrag weiter verfolgen. Ist ja auch ein bisschen Retro-Style. Ist Retro-Style, genau. Dich hier mit der Zeitung zu versorgen. Hier ist der Sportteil. Bitteschön. Ja. Ich habe ja heute früh schon gesagt, wichtige Schlagzeile erstmal, oder was heißt wichtig, aber immerhin natürlich eine große Schlagzeile. Sven Ulreich mit einem verbalen Ausraster. Er soll den Leverkusen-Manager beleidigt haben und ihn du ... genannt haben. Hier steht es ausgeschrieben. Hast du es mitbekommen? Ja, ich habe das während des Spiels nicht mitbekommen. Ich glaube, da hat es niemand mitbekommen, außer du saßt in erster Reihe auf der Tribüne oder warst auf der Ersatzbahn. Oder du warst der Leverkusen-Manager. Das stimmt. Oder du warst Sven Ulreich. Ja. Ja, ich habe es halt mitbekommen und dann habe ich auch so ein Video gesehen, da konnte man sehen, wie Ulreich das zu Simon Rolfes sagt. Also man hat es deutlich gesehen und gehört sozusagen. Ja. Er meinte, setz dich hin, du weh ... Hier ist es nochmal genau ausgeschrieben. Erik Mayer hat damals beim HSV gesagt, darauf auf die Frage, warum er eine rote Karte bekommen hat. Er hätte den Schiedsrichter eine Mixer mit Wege genannt, sagte er. Ich habe witzigerweise auch genau an diese Sache eben gerade gedacht bei dem Wort. Was blüht einem denn eigentlich dafür an Strafe? Gerade wenn da jetzt so viele Kameras draufgerichtet sind und das eigentlich alle Welt mitbekommt. Ich schätze mal, das wird vielleicht für ein Spiel gesperrt sein. Aber meiner Meinung nach glaube ich, ich werde es keine lange Sperre geben. Okay. Was ich ja lustig finde, also ich muss ein bisschen schmunzeln dabei, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde es natürlich nicht cool, irgendwie Leute zu beleidigen. Auf der anderen Seite sind das dann immer so Schlagzeilen. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass da auch mal ein rauerer Ton herrschen kann. Gewisse Beleidigungen gehen natürlich gar nicht. Manche sind vielleicht mehr oder weniger im Rahmen. Aber es gab ja auch mal so ein Video, das haben wir uns zusammen bei YouTube angeguckt, wo man dann hört, was die Torhüter zum Beispiel brüllen. Als Manuel Neuer ein Gegentor passiert hat und dann Punkt, Punkt, Punkt brüllt. Ja, das war... Da gab es sogar zwei Momente. Einmal im November 2020, da hat Deutschland in der Nations League damals mit 0 zu 6 gegen Spanien verloren. Das war die Zeit, wo es aufgrund von Corona keine Zuschauer im Stadion gab. Und da konnte man halt hören, was Neuer nach dem 0 zu 6 mal nicht gerufen hat. Und dann ein paar Monate später, im Februar 2021, da hat Bayern damals im Champions League Achtelfinale auswärts bei Lazio Rom 4 zu 1 gewonnen. Das war auch ein Spiel aufgrund der Corona-Lage von damals ohne Zuschauer. Und auch da konnte man hören, nachdem Neuer das 1 zu 4 bekommen hat, was er dann da gesagt hat. Genau, es waren Kraftausdrücke, die allerdings niemanden direkt beleidigt haben, sondern das hat er eher so für sich, glaube ich, dahin gebrüllt. Genau, für sich, weil er sich genervt war. Ich glaube, das waren dann einfach auch mal Emotionen, das kann man nachvollziehen. Wenn man mal Fußball gespielt hat auf der anderen Seite, wenn man Leute direkt beleidigt, sollte man vielleicht noch mal ein, zwei Mal drüber nachdenken vorher. Ja, aber ärgern ist mir, wobei, wenn man sich ärgert, kann beim Fußballspiel sein, kann aber auch sein, wenn du bei FIFA verlierst. Stimmt, wobei da dann auch gerne mal der Controller durch die Gegend fliegt. Wobei, was ich wirklich lustig finde, sind Beleidigungen, die eigentlich keine sind. Also wenn zum Beispiel, das hat eine Zeit lang hier ein ehemaliger Kollege immer gesagt, wenn er sich über jemanden geärgert hat, dann sagte er, oh Mann ey, dem wünsche ich echt, dass dem beim Händewaschen der Ärmel runterrutscht. Oder, das ist doch mega nervig, oder? Wenn das passiert beim Händewaschen. Ja, das stimmt. Und das nass wird. Also ich mag das nicht. Ja, das ist furchtbar. Oder jemanden als Duplastik-Schaufel zu bezeichnen oder sowas. Also, naja. Freddy, ich sehe eine weitere Schlagzeile mit einem großen HSV-Logo. Und zwar DFB baggert an Baldé. Gibt es da eine Baldé-Entscheidung? Ja, ich gehe davon aus, Baldé ist ja in dieser Saison in den Profikader gerückt. Ich finde, der macht das wirklich extrem gut. Ist für mich so aktuell die Entdeckung, was Talente angeht, in der Zweitliga-Saison bis jetzt. Und es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, beim DFB sich um Baldé zu bemühen. Weil ich glaube, dass Baldé eine sehr gute Zukunft hat. Und bis jetzt eine extrem starke Saison beim HSV spielt. Auf jeden Fall. Und insofern werden da dann natürlich auch Interessen geweckt. Dann sehe ich hier unten eine Schlagzeile von Marcel Reif. Reif ist live. Wird es zu den Bayern-Fragezeichen? Warum soll man nicht träumen? Sind das denn nur Träume oder könnte da mehr passieren? Ich persönlich gehe schon davon aus, dass Werz Leverkusen im kommenden Sommer verlässt. Das gilt als sehr wahrscheinlich. Nur die Frage ist halt, zu welchem Verein er geht. Die heißesten Interessenten sind aktuell laut Medienberichten der FC Bayern, Manchester City und Real Madrid. Seit kurzem ist auch Arsenal an ihm dran. Der Poker ist wirklich sehr offen. Und ich persönlich kann auch jetzt absolut nicht sagen, wo er hingeht. Aber Arsenal halte ich für nicht so wahrscheinlich, weil die auf den Positionen gut besetzt sind. Was ich mir vorstellen könnte, wären halt dann Real Madrid, Manchester City oder Bayern. Aber wer ist genau wert? Ich glaube, da kann man sich auch jetzt noch gar nicht festlegen. Wir werden das Ganze weiter verfolgen und du wirst das für uns natürlich einordnen und uns auf dem Laufenden halten. Genauso wie in Sachen Champions League. Denn heute Abend wird ja wieder gespielt. Die eine oder andere spannende Partie steht auf dem Programm. Was sind für dich so die Begegnungen, auf die du dich am meisten freust heute? Oh, eine Menge. Also es sind schon viele interessante Spiele dabei. Leverkusen gegen den AC Milan wird interessant. Dortmund gegen Celtic Glasgow. Barcelona spielt gegen die Young Boys Bern. Stuttgart um 18.45 Uhr gegen Sparta Prag. Seitdem Sebastian Hoeneß Trainer ist, finde ich, macht sehr, sehr viel Spaß, sich den Stuttgarter Fußball anzugucken. Also es sind schon viele interessante Spiele dabei. Vor allem auch Arsenal gegen PSG ist für mich so vom Duell her das größte Kracherspiel, weil da zwei sehr, sehr gute Teams direkt aufeinandertreffen. Die spielen heute Abend 21 Uhr und morgen haben wir dann noch ein paar Partien. Benfica gegen Atletico Madrid, Leipzig gegen Juve zum Beispiel, Liverpool gegen Bologna, Dynamo gegen Monaco, Bayern, Aston Villa. Also das sind durchaus noch ein paar spannende Partien. Stuttgart gegen Sparta Prag heute Abend. Die haben ja zuletzt gegen Madrid gespielt und da hatte man ja so ein bisschen geguckt, gibt es da vielleicht mal die ganz große Sensation? Wie sind denn die Chancen hier jetzt verteilt eigentlich heute Abend? Für mich ist Stuttgart in dem Spiel schon klar favorisiert. Sie haben gegen Real auswärts in Bernabeu wirklich 90 Minuten lang extrem gut mitgehalten. Ich glaube, das können auch die wenigsten Vereine von sich sagen. Deswegen ist für mich Stuttgart Favorit und ich gehe davon aus, dass sie das Spiel für sich entscheiden werden. Okay, wir schauen mal, wir sind gespannt und wir haben an dieser Stelle, Freddy, einen weiteren spannenden Programmpunkt. Und zwar hat sich mein Kollege Bedo unterhalten mit Christian Okun, dem Präsidenten vom Hamburger Fußballverband. War zu sehen bei Bedo und auch auf unserem YouTube-Kanal. Und einen kurzen Auszug, den gibt es an dieser Stelle schon jetzt einmal hier bei uns. Und das Gespräch in voller Länge sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal hamburg1.de und in der Mediathek hamburg1.de. Also der YouTube-Kanal heißt Hamburg1 und die Mediathek hamburg1.de. So rum. Freddy ist wieder da. Hallo Freddy. Hallo. Wie geht's? Wir haben ja noch ein paar Sachen zu besprechen, was den Sport angeht. Ich sehe zum Beispiel, darum nimmt Minzlaff seine Leipziger auseinander. Was ist los? Warum ist es nötig, die auseinanderzunehmen? Ja, also er hat den Verein nicht wirklich, die Spieler nicht auseinandergenommen. Er hat einfach nur gesagt, dass es bei Leipzig in den vergangenen Jahren immer ein Problem war, dass wenn mal eine Lücke aufging, wenn Bayern mal gestrauchelt hat, wenn der BVB mal gestrauchelt hat, dass sie nie wirklich da waren. Und genau das hat ja Leverkusen in der letzten Saison gemacht. Er hat auch gesagt, es ist schon gut, dass sie in der Vergangenheit immer an der Champions League gespielt haben. Sie haben ja auch zweimal den Pokal gewonnen. Einmal 2022 und einmal 2023. Aber er meint halt auch, dass Leipzig jetzt langsam mal titelreif ist und jetzt mal mehr Titel holen muss und einfach konstanter sein muss, mehr performen muss, wenn Bayern strauchelt. Er war auch sehr unzufrieden damit, dass Leipzig am dritten und am vierten Spieltag zweimal 0 zu 0 gespielt hat. Zuerst ja gegen Union Berlin und dann gegen St. Pauli. Leipzig spielt morgen in der Champions League gegen Juve zu Hause. Was glaubst du, ist drin? Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Beide Teams sind ganz gut gestartet. Juventus hat in der Serie A in den ersten sechs Ligaspielen drei Siege, drei Remis und sie haben bis jetzt nicht ein Gegentor bekommen, 9 zu 0 Tore. Juve zeichnet auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Defensivarbeit aus, was auch üblich ist für Serie A-Teams. Es wird ein interessantes Spiel und es ist für mich ein total offener Ausgang. Schauen wir mal, dann haben wir hier noch eine Schlagzeile aus der Welt des Fußballs. Erster FC Nürnberg, Klose wackelt, verlor zuletzt mit dem Klub in Hannover, Nürnberg-Trainer Miroslav Klose. Wie lange darf er noch weitermachen, auch wenn es vom Boss eine Jobgarantie gibt? Was glaubst du, wie gefährdet ist er? Ich glaube schon, dass er noch ein paar Spiele bekommen wird, aber ich glaube, dass er nicht mehr fest im Sattel sitzt. Das ist ja häufig so, zeigt die Erfahrung, gerade wenn solche Bekundungen dann kommen. Wir stehen fest zueinander, wir haben einen Vertrag, das ist unser Trainer. Und gerade wenn es dann zum jetzigen Zeitpunkt oder Stand jetzt heißt, ist meistens schon Vorsicht geboten, weil zwischen den Zeilen kann man da schon was rauslesen oft. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass der Trainerstuhl von Klose wackelt und er müsste schon in die nächsten Spiele liefern. Er müsste auf jeden Fall punkten, genau. Dann sehen wir hier eine Schlagzeile bei den Kollegen vom Abendblatt heute. Und zwar die Frage, bekommt Baumgart bald das Thunen-Problem? Trifft ja auf den Ex-HSV-Trainer Daniel Thunen am nächsten Wochenende der Coach Düsseldorf. Der aktuelle Kader verleitet angeblich zu ähnlichen Fehlern. Siehst du die Gefahr auch oder glaubst du, das sind sowieso zwei völlig unterschiedliche Typen und jeder hat seine eigene Handschrift? Ich sehe das Problem gar nicht so, denn es ist ja, trotzdem haben beide Vereine noch andere Spieler und die beiden Trainertypen sind jetzt sicher auch nicht so ähnlich. Also dieses Problem sehe ich tatsächlich gar nicht. Okay, also insofern auch nochmal spannend. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann kommt hier eine Frage aus dem YouTube-Live-Chat und zwar, hat Freddy eigentlich immer noch keine Anfrage von Sky oder von Dazone? Da darfst du ja nichts zu sagen wahrscheinlich offiziell. Ansonsten würde er allerdings, der Rotomi, sich auch mal anbieten, da anzurufen und für dich mal vorzufühlen. Also dazu äußere ich mich nicht. Und was für ein Vereinsfan bist du? Das äußere ich auch nicht. Sehr gut, Freddy. Bleibt dabei, sehr standhaft. Neutralität. Neutralität wird gewahrt, genau. Blau-Weiß ist das Markenzeichen, weil du die Jacke trägst, könnte auch für sämtliche andere Vereine stehen. Man weiß es einfach nicht. Und wenn wir aber beim Thema Blau-Weiß sind, dann müssen wir natürlich nochmal über Schalke sprechen. Und zwar die möglichen Trainerkandidaten. Und zwar wurde ja Raoul hochgehandelt. Wäre eine Sensation gewesen. Das ist jetzt aber offenbar vom Tisch und der Traum geplatzt. Ist das so? Genau. Es ist noch nicht ganz durch. Aber aller Voraussicht nach wird Raoul nicht Schalke-Trainer. Und auch laut Medienberichten gibt es heute ein neues Gerücht, dass der ehemalige Top-Stürmer und Welt- und Europameister Fernando Torres, der jetzt im Jugendbereich von Atletico tätig ist Schalke-Trainer werden könnte. Okay, habe ich heute früh auch das erste Mal davon gehört. Ich sage mal so, das mit Raoul hätte ich super gefunden. Alleine aufgrund dessen, weil es sensationell gewesen wäre, eine große Schlagzeile. Aber Fernando Torres wäre natürlich auch eine große Nummer, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, viele denken nicht daran, dass Fernando Torres Trainer von Schalke wird. Das ist zumindest eine Vorstellung, wo viele jetzt finden, das ist jetzt nicht so der übliche Weg. Aber wer hat das vor zwei Jahren gedacht, als Xabi Alonso Leverkusen Trainer geworden ist? Stimmt, klar. Das ist ein super Beispiel. Da hatten wir ja auch gerade vor ein, zwei Wochen ein großes Thema dazu. Der Hamburger Verbandssportlehrer, der ein Buch darüber geschrieben hat, Xabi Kampion, und eben genau unter die Lupe genommen hat, seinen Werdegang und wie er dann Leverkusen letztendlich zur Meisterschaft geführt hat. Also insofern, es kann immer alles passieren. Man sollte niemals nie sagen. Ja, stimmt. Genauso wie in unseren Challenges, Freddy. Denn du bist ja jeden Tag gefordert. Und in der aktuellen Challenge, heute gibt es ja die Fortsetzung sozusagen, geht es mal wieder um Fußballschuhe. Ablauf ist altbekannt. Ich sage, seit der Saison 2012, also seit August 2012, seit der Saison 12-13, eine Jahreszahl und ein Monat. Beziehungsweise einfach eine Jahreszahl. Und du sagst dann, welche Fußballschuhe da aktuell waren und neu rausgekommen sind. Wir hatten ja gestern schon, was habe ich gesagt, Juni oder Juli 2014. Das war vor allem eine Adidas Predator Serie rund um die WM 2014 in Brasilien, die Deutschland ja letztendlich dann gewonnen hat. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Ausflug in Juli 2000 oder generell 2015. 2015? 2015? Welcher Monat? Achso, Monat geht es sogar auch. So viele Schuhe kommen raus? Genau, ganz oft, alle paar Monate oder Wochen kommt immer eine neue Serie. Echt? Okay, jetzt hatte ich fast Achtdusche. Ähm, Juli 2015. Da kam bei Adidas die Ace-Kollektion raus. Da hatten sie einmal X-15-Schuhe, die waren neongelb und die haben damals F50 abgelöst. Und dann hatte Adidas noch die Ace-Schuhe. Aber die, ich meine, das waren die Ace, die hießen Ace und die sahen ähnlich aus wie Predator, ich meine in neongelb. Warte mal ganz kurz, also Adidas Ace hießen die? Genau. Wie A-C-E geschrieben? So. Okay. Und dann gab es noch, die haben Predator ersetzt und dann gab es noch X-15, die haben F50 ersetzt. Okay, das wären dann also zum Beispiel solche hier. Genau, genau die sind es. Und dann gab es noch die X-15, das war die neue Adidas-Kollektion im Sommer 2015. Okay, also ich muss sagen, liebe Zuschauer, ich hätte jetzt halt gedacht, deswegen war ich am Anfang ein bisschen zögerlich, dass ich jetzt einfach nur eine Jahreszahl sage. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt auch mit dem Monat funktioniert. Aber wie ist es denn? Also es ist doch nicht jeden Monat irgendwie eine neue Schuhkollektion rausgekommen, oder? Ich meine nicht jeden Monat, aber im Abstand von ein paar Monaten kommen immer neue Schuhe raus. Das heißt, ich könnte dann, wenn ich zum Beispiel März sage, aber es war April, dann zählt das sozusagen dazu. Gut, dann probieren wir es doch nochmal mit März 2017. März 2017. Das ist, ich muss kurz überlegen, da gab es eine interessante Kollektion von Nike. Da haben sie Nike Mercurial rausgebracht, die Schuhe waren weiß mit pink. Dann hat Hypervenom auch neu rausgebracht, weiß mit blau. Und ich meine, Tiempo hat dann weiß mit grün rausgebracht. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Du hast eben was von Hypervenom gesagt zum Beispiel. Sind das solche hier? So ähnlich, nur die waren etwas anders. Also die Hypervenom waren weiß mit blau. Die Mercurial waren weiß mit pink. Genau, die Mercurial, da sind es. Die Kollektion war ähnlich wie bei der EM. Die hier? Ja, ich glaube die da unten, da zweite Reihe da. Okay, alles klar. Das war ähnlich wie bei der EM 2012. Da hatte ja Nike auch damals eine besondere Kollektion, Schuhe, die zweifarbig waren. Und 2017 gab es nochmal eine Kollektion, die farblich daran sehr erinnerte. Okay, das wäre dann dieser Schuh hier gewesen. Wir wollen ja auch nicht nur über Adidas reden, sondern auch über Nike, Puma und Co. Damit wir uns hier nicht irgendwie die Vorwürfe von Werbung gefallen lassen müssten. Freddy hat eine Schuhdatenbank im Kopf. Dann probieren wir es nochmal, indem wir jetzt mal wirklich weiter zurückgehen. Und wir sagen jetzt mal irgendwie so Weihnachtsgeschäft Ende 2012. Sowas wie Oktober, November, Dezember. Da muss ich kurz überlegen, das ist eine gute Frage. Danke. Ich meine bei Adidas, beziehungsweise bei Nike. Ja. Ich überlege mal kurz, das waren die ersten Schuhe. Ich meine bei Adidas kamen F50 Schuhe raus. Die waren weiß mit lilanen Akzenten. Und bei Adidas kamen dann Predator raus. Meine ich, die waren schwarz mit rot. Okay, also das stimmt tatsächlich. Hier Adidas zum Beispiel, wie heißen die? F50 Adizero. Blau mit pink. 2012. Meinst du solche? Predator? Ja, die kam raus. So, die kam raus. Und Predator hatte, meine ich, schwarz-rote Schuhe. Die fand ich sehr schick damals. Ah ja, warte mal. Die haben wir hier noch. Genau. Werden mittlerweile als Rarität gehandelt. Sehr schicke Schuhe. Ich fand die richtig cool. Ich wollte mir die damals sofort kaufen. Okay, Freddy, das Brain, weiß alles über Fußball und über Fußballschuhe. Freddy, danke für den Moment. Wir sehen uns morgen wieder, reden über Fußball und ganz viel Sport. Danke, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen unbedingt wieder ein von sieben bis neun. Bis dahin.